Nach dem Motto Alles-oder-Nichts-Leben, in die Tiefe Vordringen und Verborgenes zum Vorschein bringen, dabei durchbohrend und ganz schön radikal sein, durchdrungen von tiefer Leidenschaft und starkem Begehren, im extremen Fall äußerst eifersüchtig, hast Du diese Skorpion-Eigenschaften? Kennst Du Menschen in Deinem Umfeld, die so sind? Was es mit dem Sternzeichen Skorpion auf sich hat, welche Bedeutung ihm im Horoskop zukommt und welche grundlegenden Merkmale uns die kabbalistische Astrologie dazu offenbart, all dies zeigen wir Dir in diesem Video und zum Schluss fassen wir Dir alle Inhalte, die Du zum Verständnis des Tierkreiszeichens Skorpion brauchst, übersichtlich zusammen. Brotherhood of the Eternal Light Ausbildung in den westlichen Mysterien Scorpio, das Sternzeichen Skorpion Der Mars beherrscht mit Pluto den gierigen Skorpion. Der Tod steht vor der Türe schon. Das astrologische Symbol des Skorpions zeigt in stilisierter Form einen Skorpion und seinen Schwanz mit Stachel. Dieser befindet sich an einem Körper bzw. es könnte auch als Beine oder Scheren gedeutet werden. Die Sonne durchläuft das T-Kreiszeichen Skorpion vom 22. oder 23. Oktober bis zum 20. oder 21. November. Der Skorpion ist ein Wasserzeichen, seine Qualität ist fest. Der Herbst ist nun in vollem Gange, die Bäume haben sich verfärbt und der Wind wirft ihre Blätter ab und treibt Regen übers Land. Der Höhepunkt bzw. die Hauptphase der Herbstzeit entspricht der festen Qualität des Wasserelements, also der Ausdrucksform des Elements, bei der sich das Prinzip am deutlichsten zeigt. Das Wasserelement wird als aufnehmend, reinigend und formgebend beschrieben. Wasser ist ein natürliches Lösungsmittel. Die reinigende, lösende und formgebende Kraft entspricht dem Prinzip der Zersetzung und Umwandlung von Stoffen. In der Natur wird dies im Herbst beim Zerfall und dem Entstehen von Nährstoffen und Energie deutlich. So vermodert Laub, das den Boden bedeckt und nimmt an einem natürlichen Kompostierungsprozess teil, um später wiederum als Dünger zu dienen. Der Prozess der Transformation, also das Übergehen von einem Zustand in einen anderen, wird symbolisch auch mit dem Sterben in Verbindung gebracht. Der Prozess von Werden und Vergehen. Der Tod ist aus spiritueller Sicht nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Phase. Ein weiteres, passendes Bild ist der Stachel eines Skorpions, der die Radikalität des Skorpionszeichen verdeutlicht und durch das potentiell tödliche Gift mancher Skorpione auch den Aspekt des Übergangs bzw. Sterbens durch Umwandlung verdeutlicht. Der Skorpion entspricht in der rituellen Symbolik der westlichen Mysterien auch dem Seeadler, der der Himmelsrichtung des Westens und dem Element Wasser zugeordnet ist. Der heilige Adler entspricht der höheren, spirituellen Form des Skorpions und ist eines der vier heiligen Wesen, der Chayot HaKodesh, die im Siegel der Bruderschaft des ewigen Lichtes vorkommen und sich auf die Engelswesen aus der Vision Ezechiels beziehen, in der sie den Thron Gottes tragen. Der Adler des Westens versinnbildlicht unter anderem die Eigenschaft der Einsicht, da er unter die Wasseroberfläche sieht und den Dingen somit auf den Grund geht. Im Gegensatz zum Zeichen Stier, das dem Skorpion im Radix gegenüber liegt und bei dem es um das Festhalten und Bewahren geht und der mit seinem Realitäts- und Formensinn auf die materielle Welt gerichtet ist, geht es beim Skorpion darum, transformative Prozesse in Gang zu bringen und in die Tiefe der menschlichen Seele vorzudringen. Das Ideal des Skorpions besteht dementsprechend im Freisetzen von verborgenen Energien und Potentialen. Mögliche Probleme des Skorpions sind Eifersucht und Begierde. Der Skorpion verhält sich gerne radikal und geht unter Umständen nach dem Motto, entweder alles oder ansonsten lieber gar nichts vor. Das achte Haus entspricht dem Zeichen Skorpion. Beim achten Haus geht es um die Umwandlung von Materienenergie. Dies äußert sich vor allem in den Lebensbereichen Sexualität, Heilung und Tod. Tabalistische Grundbedeutung Der Skorpion steht mit dem 13. Trumpf des Tarot der Tod in Verbindung. Die Trumpfkarte der Tod stellt den Stirb- und Werdeprozess dar. Er symbolisiert das endgültige Eintreten in einen neuen Zustand, so wie es bei der wahren Einweihung in der Tradition der westlichen Mysterien der Fall ist. Der Tod stellt hier auch eine Metapher dar. Es geht nicht nur um das Sterben des physischen Körpers, sondern um eine endgültige Transformation. So wie Goethe es einst dichterisch umschrieb, und wenn Du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist Du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Am kabbalistischen Baum des Lebens finden wir die Zuordnung des Sternzeichen Skorpion zum 24. Pfad, der die Sefirot, Tiferet und Netzach verbindet. Wenn Du mehr über die Kabbalah und westliche Mysterien-Traditionen lernen möchtest, besuche unsere Webseite, die kostenlosen Online-Kurse oder die regelmäßig stattfindenden Workshops. Alle Links findest Du in der Videobeschreibung. Mythologie zum Sternzeichen Skorpion In der griechischen Mythologie finden wir verschiedene Sagen über Orion, einen großen Jäger, der sich, je nach den unterschiedlichen Erzählungen, den Zorn der Erdgöttin Gaia bzw. Artemis zuzog und von einem sehr giftigen Skorpion angegriffen wurde, der ihn in die Ferse stach und tötete. Ein anderer Ausgang der Sage berichtet davon, dass Orion den Skorpion zertrat, bevor jener ihn stechen konnte. Sowohl Orion als auch der Skorpion wurden schließlich als Sternbilder an den Himmel gesetzt und zwar so weit voneinander entfernt, dass sie sich niemals begegnen können. Geht das eine Sternbild am Himmel auf, geht das andere unter. Die Würden beim Tierkreiszeichen Skorpion Der Skorpion ist das Domizil sowohl von Mars, seinem alten Herrscher, als auch von Pluto, seinem neuen Herrscher. Das dem Mars zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sefirah Gevura. Gevura stellt das Prinzip von Kraft und Tapferkeit dar. Mars kann sich im Skorpion, wo es um das Begehren und radikale Vordringen in die Tiefe geht, um transformative Prozesse in Gang zu setzen, besonders gut ausdrücken, da seine Kraft und Energie dabei helfen können, diese durchdringenden Prozesse umzusetzen. Das dem Pluto zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sefirah Keta. Keta stellt das Prinzip des Absoluten dar. Bei Pluto geht es um die Verbindung mit der höchsten göttlichen Kraftquelle und um die Qualität, kompromisslos nach dem Besten zu streben. Die Kraft Plutus kann sich im Skorpion besonders gut entfalten, denn sie bietet den Schlüssel dazu, das Ideal des Skorpions, das darin besteht, verborgene Potenziale und Energien freizusetzen, für eine transformative Entwicklung zu nutzen. Der Skorpion ist das Exil der Venus. Das der Venus zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sefirah Netzach. Netzach stellt das Prinzip des kreativen Denkens dar. Im radikalen Skorpion findet die Grundkraft der Venus, bei der es um das harmonische Beherrschen der Naturkräfte bzw. der Emotionen geht, keinen adäquaten Ausdruck, da es um eine radikale Transformation, ähnlich einem Sterbeprozess geht. Im Skorpion steht der Planet Uranus in seiner Erhöhung. Das dem Uranus zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Lebensbaum ist Dart. Dart stellt das Prinzip der transformativen Erkenntnis dar. Daher kann Uranus seinen Anstoß zur Weiterentwicklung und seinen Impuls, nach freier Veränderung zu streben, im radikalen Skorpion, bei dem es um das Ideal des Freisetzens von verborgenen Potenzialen geht, adäquat äußern. Denn die transformative Kraft kann sich hier vollkommen ausdrücken und entfalten. Der Planet, der im Skorpion im Fall steht, ist der Mond. Das dem Mond zugrunde liegende spirituelle Prinzip am kabbalistischen Baum des Lebens ist die Sefirah Jezot. Jezot stellt das Prinzip des Unterbewusstseins dar. Der Mond findet im Skorpion keinen adäquaten Ausdruck, da seine empfindsame und empfängliche Kraft durch den Prozess der radikalen Transformation und der Freisetzung von verborgenen Potenzialen zu emotionalen Schwankungen und emotionaler Beeinflussbarkeit führen kann. Und nun kurz die wichtigsten astrologischen Bedeutungen des Sternzeichens Skorpion auf Einblick. Der Skorpion wird auch Skorpio genannt und sein astrologisches Symbol zeigt einen stilisierten Skorpion mit seinem Stachel. Die Sonne durchläuft das Tierkreiszeichen Skorpion vom 22. oder 23. Oktober bis zum 20. oder 21. November. Sein Element ist Wasser von fester Qualität. Wir nennen es auch fixes Zeichen. Das Ideal des Skorpions besteht im Freisetzen von verborgenen Potenzialen oder Energien. Die Probleme des Skorpions sind Eifersucht und Begierde. Das 8. Haus ist dem Sternzeichen Skorpion zugeordnet. Das 8. Haus umfasst die Bereiche der Sexualität, der Heilung und des Todes. Es geht beim 8. Haus um die Umwandlung von Materie in Energie. Im Skorpion herrschen Mars sowie Pluto und im Exil steht Venus. In der Erhöhung befindet sich Uranus und der Mond steht im Fall. Das waren die wichtigsten Inhalte zum Sternzeichen Skorpion. Schau Dir auch die anderen Videos zu den restlichen Sternzeichen an. Du bist vom 22. oder 23. Oktober bis zum 20. oder 21. November geboren? Hast Du vielleicht verschiedene Planeten in Deinem Horoskop im Skorpion? Oder im 8. Haus? Erzähle uns, wie sich diese Konstellationen bei Dir auswirken? Oder kennst Du jemanden, der dem Sternzeichen Skorpion deutlich entspricht? Oder jemanden, der viele Planeten im Skorpion oder im 8. Haus hat? Berichte uns von Deinen Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn Du mehr über Dein Horoskop herausfinden und die Astrologie von Grund auf lernen oder Dein astrologisches Wissen vertiefen möchtest, kannst Du sowohl unser Online-Angebot wahrnehmen, als auch zu unseren regelmäßig stattfindenden Workshops kommen. Die Links findest Du in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über Dein Like und falls noch nicht geschehen, abonniere jetzt direkt unseren Kanal. Um kein neues Video zu verpassen, aktiviere am besten auch die Glocke. Bis bald beim nächsten Video! Juni Tor 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 Untertitelung des ZDF, 2020